wieder hier bei randolf dandolo und in einer neuen folge odyssey im auftrag des königs wir waren ja in der höhle von vor wir waren ja in der höhle also hier tonak und telbor stehen ja davor und es ist wieder spät mein gott ist das spät das heißt also es ist auch wieder dunkel deswegen ich möchte doch wieder ganz gerne ein bisschen für licht sorgen und zwar mit einer schönen lustigen fackel von denen ich noch sechs habe nichts schaden ja dann gucken wir mal wo befinden wir uns eigentlich rennen ja nicht die karte ab mit einer fackel roland okay so ein bisschen hier am wald bei agils hof dann werden wir mal ein bisschen hier noch mal weiter gucken wo denn wo denn du bist immer hier und dann hast du noch einen gekillt wo denn wo denn was auch zwei gekillt soll ich hier da dieser dandolo na er ist ja echt über eifrig okay das war ja genau richtig so zum leuchten und zur taff erne ja sollen wir mal in die richtung weiter fetzen ein pflänzle ja ich nehme das hier auf das ist der 23 also hier war er das ja er war das ist mal gut und war noch was ja das waren ja die beiden buddler am 23 haben wir heute die wo ich das jetzt gerade aufnehmen also ein tag vor dem heiligen abend der heilige abend auch und der wolf der liegt jetzt ungemetzelt quatsch ungeschnitzelt von mir lag er rum ja dann geht es erstmal zur taverne und wie schon gesagt ich habe eine schwäche ich habe eine orientierung schwäche im dunkeln ja das gebe ich offen zu und jetzt geht es hier runter zur taverne aber da oben geht es hoch zur taverne das soll die taverne hier oder spinnig oder weiß der geier was nee das ist agiles hoch ach so so übrigens den himmel habe ich nämlich auch hier mal schön geändert hier gibt es einen richtig schönen vollen mond der haut aber wieder ab weil ich nämlich in vielleicht ändere ich das doch noch das liegt nämlich darin weil ich nämlich hier na wo war es denn hier atmospheric scattering ernebeln möchte dann sieht das so aus schreibt mir mal in den kommentaren ob ich das so lassen soll oder so lassen soll ich apply es mal und mach mal klo da geht das auch weg dann lass ich es mal dann ich lass es jetzt mal hier wieder auf original grafik und gothic 2 er also jetzt noch mal die treppe und schauen mal nach corinnes zur taverne da sind ja die seltener wie wir wissen versuche irgendwie aber dann dolo wieder mit den rücken frei pass auf deinen rücken auf und was ist da da steht ein ork da stehen zwei orks und dann dolo voll drauf okay so ein paar schläge hat er geschafft und der andere ork krieger nicht zu plündern okay so dann wirst du auf jeden fall schon mal auf kampf verhalten nicht auf offensiv sondern auch defensiv nicht dass du mir irgendwie noch ins verderben rennst ja was jetzt noch ein ork oh man orks pflastern unseren weg hier oder was wieso sind das eigentlich krieger und keine späher das frage ich mich muss doch eigentlich späher seien die hier mal so mittendrin auftauchen oder da sind so dann haben wir ja auch schon wieder die nächste höhle und vor der nächsten höhle befinden sich ein paar goldmünzen und was noch dann dolo hallo bleibt nicht hängen pfeile 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 ach so übrigens vielen herzlichen dank für eure kommentare und wenn ich nachher wieder auf eine truhe treffen sollte dann werde ich mal die tab taste ausprobieren wie mir das jemand im kommentar geschrieben hat man es war taris oder es war also einer von meinen stamm kommentatoren taris und in vino veritas die grüße gehen mal an dieser stelle raus so schauen wir mal da sind ja zwei truhen und die gilt es jetzt auch mal zu knacken beziehungsweise den code kenne ich leider nicht mehr okay ja also so und dann versuche ich jetzt mal die tab taste mit tab taste alles zu nehmen ob das wirklich funktioniert hat es das ne hat es nicht da geht nur jedenfalls bei der tab taste bei mir die tour wieder zu und ich muss es trotzdem noch mal so looten ja hat nicht geklappt ohne den richtigen schlüssel kriege ich das nie auch so richtig okay da braucht man schlüssel für auch gut ja okay noch eine zange jetzt muss man aufpassen dass ich nicht noch mehr orks rumorkeln hier wieder weg dann dolo da ist er dann dolo bitte folgen genau also immer schön geradeaus gehen und nicht so verwinkelte hakenschläge schläge machen uns kommt dann dann dolos kümmerliche intelligenz also auch kai genannt nicht mehr ganz mit ja wo können wir mal da ist also die tabernäe und an der tabernäe gehen wir mal einen großen bogen vorbei immer hier links runter so und wenn mich ja richtig und hier haben wir wieder mal eine umgestürzte statu die umgestürzte innerstatue und wir haben hier wieder kampf kampf feinde ala snapper nein es sind ja scavenger richtig es sind ja keine snapper ich hoffe ihr versteht meine anspielung die werde ich jetzt mit dann dolo mal eben kurz mal platten wobei ich mich noch orientieren muss was ist hier links ach da ist sein lager dann gehen wir mal erst mal zu diesem lager hin denn das ist interessanter das lager vielleicht gibt es ja ein paar lagerer die da so auf dem wege sind ja hallöchen grüß dich babbo ja richtig babbo hey du nein halt du mir nichts aber moment du bist ja gar kein orks älter nein das bin ich ganz bestimmt nicht was machst du hier ich verstecke mich vor den orks und ihren verbündeten sind orks in der nähe ja eine ganze menge sogar eine halbe armee von ihnen belagert onas ho dann haben noch welche den zugang zum kloster besitzt am pass habe ich auch einige von ihnen gesehen und den orland saverne haben sich ein paar orks älter und andere finstere typen bereit gemacht gut dass du mir das sagst sag mal willst du denn nicht zurück ins kloster solange es hier von orks wimmel bleibe ich wo ich bin okay also er ist so ein kloster anhänger das habe ich noch gar nicht so mitbekommen wie beim anderen ich würde an deiner stelle nicht weiter nach norden gehen ja ich weiß ziemlich gefährlich würde ich werden wie bei meinem über meiner vorigen folge also die vor dem release kann ja auch mal angucken was er finden ja ja richtig okay ein feuer magier robe nicht direkt aber mehr so eine feuer magier rüstung dragomir was machst du denn hier übrigens deine strelle graue strähne gefällt mir sehr gut was machst du denn hier draußen hallo roland lange nicht gesehen tja was soll ich hier draußen schon machen ich warte hier bis dieser dämliche krieg vorüber ist und ich hoffe sehr dass diesen die orks nicht gewinnen werden aber warum sollte ich nicht nach norden gehen sind dort etwa auch schon die orks keine ahnung habe bisher keinen norden gesehen aber banditen machen die gegendort unsicher banditen woher kommen sie aus dem minental so ist es ihr anführer ist ein gewisser krego zuerst war seine bande recht klein aber jetzt hat sie immer mehr zulauf bekommen der krieg hat viele menschen entwurzelt feldarbeiter bürger aus kurines ja sogar angehörige der wachen haben sich der bande angeschlossen eigentlich wollte ich ja in den norden flüchten aber solange die banditen die brücke besetzt halten kommt da sowieso niemand durch die flüchtlinge die es bisher nicht geschafft haben in den norden zu gelangen haben daher nur die wahl sich von den banditen oder orks umbringen oder versklamen zu lassen es wird daher höchste zeit dass jemand diesen krieg oder das handwerk legt damit der zugang zum norden wieder frei wird ja gregor den haben wir ja kaputt geballert gregor ist tot wie ist das wirklich wahr wenn ich es dir sage in das sei dank dann wird auch seine bande langsam verschwinden diese gute nachricht ist mir sogar 100 goldstücke wert zumal ich wieder in den norden kann um zu jagen hier kannst du mir was beibringen wenn du zahlen kannst wie gesagt ich bin zur zeit etwas mittellos ich kann dir aber dann beibringen wie du noch besser mit dem bogen schießen kannst ja wenn du willst dann zeige ich dir wie man ein richtiger meister schütze wird du wirst dann menschlichen oder untoten gegnern erheblich mehr schaden zufügen können gegen tiere allerdings wird dir der meister schuss nichts nützen da die für solch einen gezielten schuss viel zu flink sind da solltest du besser einen anderen schuss verwenden der wildjäger schuss ist für tiere viel besser geeignet den könnte ich dir aber ebenfalls beibringen wenn du willst wie viel verlangst du 150 goldstücke hä ich glaube das war gerade eben eine andere stimme aber bei dragomirs stimme hat sich das aufnahmeset verändert das ist aber jetzt nicht so schlimm hier hast du dein gold erst mal bezahlen dein gold gut von mir aus können wir sofort anfangen ja was bietest du denn an zeig mir den umgang mit der armbrust mit dem bogen wildjäger drei leeren punkte plus 15 damage meister schütze ja ich bringe eigentlich bin eigentlich gar nicht so eppig darauf jetzt hier mich im nahkampf ausbilden zu lassen weil ich doch ganz gerne hier mehr in stärke und geschick investieren möchte und was ich auch von dem save den ich bekommen habe leider nicht drin habe ist pfeile herstellen und bolzen schärfen oder auch weile schärfen ja weiter geht's ich würde ja ganz gerne mal hier eine nagelkeule nehmen und schafsfell und wolfsfell ja okay die machen wir gleich die truhen die sind bestimmt auch alle schön verschlossen das werde ich mal überspringen so und auch die zweite tour ist geknackt ja mal ein bisschen was bluten können noch was wo wir hingehen können außer am schafsfell knacken knacken sage ich schon knallen und hier ist noch eine truhe da gibt es ein paar pfeilchen und ein paar bölschen auch gut ja dann gehen wir mal wieder richtung da wären im hohen bogen aber es war dann es gab da noch irgendwelche ja genau richtig scavenger scavenger und keine snapper leute keine snapper scavenger snapper gibt es erst später und woanders also im original ja ja schön jetzt noch ein bisschen mehr genau und zwar kommen wir jetzt hier an die an diesem schönen lustigen höhlchen vorbei und an diesem erfrischenden see bosenteich gucken wir mal was hier drin hier müssten ja noch so ein paar leute sein ja der bäcker ist neu das darf ich auch noch mal sagen hallo ich habe da mal eine frage tut mir leid aber dafür habe ich jetzt keine nerven der überfall und die flucht haben mich doch ziemlich mitgenommen ah ja okay dann ist okay moment das teilt sich hier auf und zwar in linke abschnitt und rechter abschnitt ja dann gucken wir mal besuchen wir doch hier mal die bauern von ruka warte mal kenne ich dich nicht irgendwo her hm nein nicht dass ich wüsste merkwürdig es scheint mir so als wäre ich dir schon einmal begegnet eher unwahrscheinlich ich verbrachte zwar meine kindheit hier in der stadt habe aber diese nur selten verlassen mein vater bosbar ging mit mir ab und zu in den wald zum pilze sammeln aber mit euch bauern habe ich noch nie sonderlich was am hut hm kann auch sein dass ich mich irre aber wenn ich dich so sehe verspüre ich ein vertrautes gefühl wenn ich jetzt mal überlege mit 15 habe ich eine zeit lang auf dem markt geholfen könnte durchaus sein dass du mich da schon mal gesehen hast aber das ist viele jahre her sagtest du gerade eben dass bosbar dein vater ist ja weißt du vielleicht etwas über ihn ich meine nachdem corinnes angegriffen wurde nein tut mir leid ich weiß nichts aktuelles über ihn aber als er noch in der stadt lebte wurde er war bestohlen doch dann hat ein ehrlicher finder doch tatsächlich deinem vater seinen geklauten bogen wiedergegeben tja ist schon komisch da denkt man jeder arbeitet nur in seinen eigentaschen und dann kommt da ein mann vorbei und bringt einfach diesen wertvollen bogen wieder zurück aber wer weiß gerüchten zufolge weiß der dieb selber der der vater den bogen zurück gab hatte vorher ein schlechtes messen gehabt oder so aber du hast keine ahnung wo mein vater und meine mutter sein könnten nein das weiß ich nicht es ist so viel los in letzter zeit da muss jeder erstmal zusehen dass man selber auf dem bein bleibt verstehst du wie ist die lage bisher sei es ruhig aber der schein kann drüben wer weiß was die ochsen gerade so aushecken also hast du jetzt keine informationen für mich nein aber vielleicht kann ich dir ja beim nächsten mal behilflich sein außer bei deinem auch problem da muss ich dann passen was kannst du mir über die gegend sagen ja sag mal was sagst du nicht du bist in der stadt aufgewachsen mehr als über die paladin und die eroberung der orks kann ich dir auch nicht erwerben frag mal am besten jemand anderen das werden wir auch machen wie ist die lage wie ist die lage zurzeit ist alles ruhig ok alles klar danke für die auskunft hm der arme bauer so ruka wie geht's dir denn wie geht's was willst du von mir kümmere dich doch gefälligst um deinen eigenen scheiß du hast wohl einen über den Durst getrunken nicht wahr was geht dich das an verpiss dich sonst mach ich dir beine klar schon gut schon gut also der sprecher beziehungsweise dieser ruka hat irgendwelche assassinschen vorfahren du siehst echt fertig aus hier steht auf welchen teil von verpiss dich hast du jetzt nicht verstanden hä hör mal in diesen dunklen Tagen sollten wir menschen zusammen halten vergiss einfach für einen moment meine rüstung ok äh zusammenhalten äh hast du etwa was zu trinken für mich jede menge jede menge warum hier hast du wasser oh ja wollen wir mal verarschen hier hast du wasser hey du versuchst mich also tatsächlich zu verarschen was verpiss dich jetzt sofort oder ersetzt was verstanden bin schon weg hey ich will dir nochmal wein geben ach shit jetzt habe ich natürlich experiences points weggelassen ja dafür tut mir leid das muss ich mal machen so ähm Orlan Orlanshof genau der Wirt von der Taverne bin ich oder vielmehr war ich der Wirt Orlan seitdem er mich aus meiner Taverne vertrieben hat bin ich nichts weiter als ein Flüchtling wer hat dich denn aus deiner Taverne vertrieben ein paar ganz miese Typen Orkssöner und Schwarzmagier Adeptin aber ich kann noch froh sein dass nicht noch paar Orks dabei waren sonst wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben Tja ach er hat einen Schlüssel ach den lassen wir erstmal bei ihm ähm ansonsten gibt es noch Erol den Schreiber hier hallo Erol was ist los hallo Roland lange nicht gesehen was los ist die Orks und ihre Kumpanen machen die ganze Gegend unsicher man ist hier wirklich seines Lebens nicht mehr sicher an jeder Ecke könnte ein Ork stehen ach ja du musstest also aus Korines fliehen so ist es mein Junge aber mich trifft es nicht so hart wie viele andere immerhin habe ich meine Hütte bei Onas Hof wo ich noch unterkommen kann allerdings traue ich mich dort auch nicht mehr hin solange die Orks durch die Gegend streifen hier der linke Typ der guckt so schön in die Kamera rein du bist doch sehr stark Erol ja aber wieso fragst du kannst du mir beibringen hart zuzuschlagen achso na sicher kann ich das oh das könnte so wieso härter zuschlagen das hat bestimmt was mit Stärke zu tun achso gut pass auf es gibt einen einfachen Trick wenn du zuschlägst holst du nicht die Kraft aus dem Arm sondern aus deinem ganzen Körper dreh die Hüfte zieh die Schulter nach vorne und gleichzeitig streckst du deinen Arm aus wenn du richtig triffst wirst du den Unterschied merken oh also das heißt also das hat mir keine Lernpunkte gekostet nein das ist gut was hast du denn an Waren die Auswahl ist nicht sehr groß na gut ok trotzdem sollte man mal überlegt immer schön die Händler angucken das ist mir nämlich auch aufgefallen schwerer Kriegsstreit Axt ja das ist klar das braucht man gar nicht zu kaufen leichter Zweihändler ne Zweihandkampf da bin ich überhaupt kein Fan von jo ansonsten was haben wir denn noch lustiges Wasser Heilkraut Heilwurst Feuerkraut Kohle Verrostete Drachenjägerhelm endlich kann ich mal wieder oh kostet 1500 Schutz vor Waffen und vor Fallen endlich kann ich wieder ein Mützchen tragen das heißt also du wirst erstmal gekauft Luftring der Eisenhaut nö und Amulett der Kraft nö leeres Blatt und ansonsten nichts gescheites dann werde ich ihm mal hier noch ein paar Schrottartikel anbieten und im Tausch mal vornehmen das werde ich mal eben überspringen oder haben wir mal einen schönen Tausch gemacht ich habe jetzt 8720 Gold Stücke jo und dann guck mal weiter wie haben wir denn noch ja wohl hatten wir ja schon wo bin ich näher gekommen bin ich hierher gekommen oder was oder wieder wieder was ja ja nee ich war ein bisschen zu voreilig vielleicht hätte ich doch noch hier ein bisschen links rum gehen sollen aha guck mal was gibt es denn hier zu holen und zwar einen kleinen Lederbeutel und sonst auch nichts da hat wohl einer hier sein ab und gut versteckt in Form von Gold Stücken hm einer hätte ich das hier vergessen jo dann gehen wir jetzt hier links rum hier geht es ja wieder raus und hier gibt es auch Frauenbilder Bronco und Rega Hallo Rega wie geht's? frag mich lieber nicht solange die Orks hier Unwesen treiben bekomme ich in der Nacht kein Auge zu ach ja das ist aber doof komm go Hallo was willst du ich habe keine Lust zum quatschen störe ich? hm was für eine selten blöde Frage natürlich störst du und nun verpiss dich nichts gefallen lassen nicht provozieren lassen kenn ich das? nicht provozieren oder nicht nicht gefallen lassen ich mach mal nichts gefallen lassen pass auf sonst verpasse ich dir eine ja genau jetzt mach ich dich fertig ui wolltest du wohl damit aufhören dem hast du es gezeigt hier wird nicht gekämpft lass dir das eine leere sein oh Gott muss ich mal gucken ob ich hey Gold na das ist schon mal meins ne ich hab's doch ich hab's doch die Waffel nehm ich mal besser mit was erzählst du da dann du das ist doch Quatsch so Bronco darüber reden wir noch scheiße hey was schon du störst nun verzieh dich shit 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 ja Bronco trink noch was leckeres ich habe meinen Hut gezogen also meine Drachen Mütze da ja und jetzt versuche ich es nochmal dass wir ihn so hallo uns nicht provozieren lassen von ihm also nichts gefallen lassen jetzt mach ich dich fertig genau dann nicht die Frau hauen so ohne dass dann Dolo einschreitet jetzt geht's das hat er verdient jetzt bin ich im Arsch ja jetzt ein weiterer versuchen wir den Bronco mal zu äh hallo was will ich zu machen ja kennbar wir wollen uns nämlich nichts gefallen lassen ich habe auch wie ihr seht mein Helm aufgezogen jetzt mach ich dich fertig genau und jetzt versucht er mich fertig zu machen ich kann nur hoffen dass der dann Dolo nicht mit ja sehr gut ja also dann Dolo hat nicht zu ach ich hätte doch mal hier man hey die Waffe nehme ich mal besser mit Gold hat er wieder mitgenommen so Bronco aufwachen hier wir mal wissen zu wem du jetzt hier was sagst ob zu Dandolo oder zu mir dann weiß ich nämlich darüber reden wir noch hä also ich hatte schon mal im Off probiert und ähm hey war's schon du störe ja okay das sind beides die gleichen Optionen also ob jetzt dann Dolo ihn niedermäzelt oder ähm oder ich es ist am Ende immer das gleiche also da passiert jetzt passierte nichts großartiges das habe ich jetzt verglichen und hier ist Sekop der Hofbesitzer was machst du denn hier kacken ich musste meinen Hof wegen den Orks verlassen und jetzt lass mich am besten in Ruhe oh man sind da noch welche da sind die Orks noch auf deinem Hof mit Sicherheit noch hör zu du musst mir helfen bevor die Kerle mir noch das Haus anzünden ihr königlichen Waffenknechte müsst euch doch um das Wohl aller kümmern oder bitte hilf mir mach dass sie wieder verschwinden ja gucken wir mal Orks auf Seekopshof Orks auf Achilleshof alles klar das kennen wir ja bereits Zandolo komm mit nachdem ich hier noch mal Hecken durchsucht habe und dann machen wir mal einen kleinen Jump und zwar raus in die Natur ja ich befinde mich jetzt auf dieser kleinen Insel auf dieser Trainingsinsel und werde jetzt noch mal hier dieses Kreuz ausbuddeln beziehungsweise diese markierte Stelle und dann gucken wir mal was wir haben einen großen Lederbeutel und sonst auch nichts dann werde ich mal hier die Umgebung weiter looten und mich wieder melden und dann gehen wir immer schnell rüber zu unserem Hackard richtig da war ja nämlich auch noch was mit Hackard was machst du denn hier? hast du denn keine Angst vor den Orks? keine Sorge vor denen nehme ich mich schon in Acht Hackard ist nicht der Mann der sich so leicht fangen lässt also Hackard ist dein Name ich heiße Roland wartest du hier auf jemanden? vielleicht jetzt nicht mehr nun bist du ja da hm warum ich? sieht skeptisch aus so einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen um was geht es denn? ich habe meine Armbrust verloren und du warst der Mann der in der Lage war sie zurück zu holen warum holst du dir denn deine Armbrust nicht selber? tja da gibt es folgendes Problem dabei ich bin verletzt ich wollte Lurker jagen gehen du wolltest Lurker jagen? wo denn? am großen See beim Pass gibt es eine Menge davon ja da oben leider aber muss ich feststellen dass ich diesen nicht gewachsen war nun das sollte man wissen bevor man auf die Jagd geht Witzbold das waren keine gewöhnlichen Lurker irgendwie sind die mutiert mutiert? ja die Viecher sind jetzt viel stärker als vorher sicher in der Teufel leider Schwarzmagier welche Schwarzmagier? na diese Kerl die jetzt mit den Orks umherziehen ich bin sicher dass irgendeiner von denen etwas ins Wasser geschüttet hat was die Viecher kräftiger macht auf jeden Fall konnte ich den Lurker nichts anhaben ich musste halt über Kopf fliehen dummerweise hat mich ein Vieh noch in den Oberarm gebissen bevor ich abhauen konnte deshalb habe ich meine Armbrust verloren sie muss jetzt irgendwo in der Nähe des Sees liegen ja das können wir ihm mal wieder besorgen ich danke dir wenn du mir meine Armbrust zurückbringst sollst du auch eine Belohnung von mir bekommen viel Erfolg was gibt es noch? man kann ihn nur noch hier beklauen liebe Leute ich werde für diese Folge wieder Schluss machen der Tag ist nämlich schon hier angebrochen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder ich bedanke mich, gebt einen Daumen, schreibt einen Kommentar und bis zum nächsten Mal tschüss